Ah, darf man denn nicht streicheln? Nee. Frau Kleinert fragt, ob sie eine Krankschreibung verlängert. Wir unterstützen kein Krankfeiern. Ich verlasse dich. Ich hab noch was vor in meinem Leben. Rolfi! Irene ist da. Ich habe dich gewarnt. Irgendwann sind die Männer in diesem Alter. Und darauf lauern die jungen Dicker. Die ist drei Jahre älter als ich. Zum Enkelkind bekiken. Die erste Tür vorn. Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft. Wie alt ist denn die kleine Maus? 58. Früher warst du zu dick. Heute bist du zu dünn. Aber ungeschickt bist du heute wie damals. Die Dame da hinten, bitte mal vom Eis. Geben Sie mir Ihre Hand. Ich finde, sie lernt ziemlich schnell. Also für eine Erwachsene. Wie ein nasser Sack! Kopf in Lacken. Soll das Eis nicht voll? Nein, Kopf nach vorn. Das ist meine Sportlerin. Jetzt ist sie meine Patientin. Hast du auch eine Tochter? Nee. Aber eine Mutter. Was ist denn da? Jedenfalls wirst du damit keinen Wettkampf laufen. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Sie sind nicht meine Mutter. Dies ist nicht der Ort, melodramatisch zu werden. Ah! Irene, ich wusste ja gar nicht, dass Sie eine Tochter haben. Ich hab's euch gesagt. Die Dame hat schneit. Mutti! Nicht jeder hier ist zu alt, um eine zu haben.